Hm. Ja, gut. So, war nichts dabei. Ist das das Ende? Ach, schon wieder ein Boss? Ja, es ist der gleiche. Das ist schön. Es ist halt echt ungewohnt, so zu spielen. Hallo. Kein Bonus, weil keine Münzen sind. Okay, Welt 1, 3. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen, die erste Welt hier durchzureißen. So, ihr fallt nicht runter. Das ist sehr schön mit anzusehen. Aber ihr habt mich anscheinend sehr gerne. Oh, jetzt. Ach, die schießen. Oh, meine Nase juckt. Oh. Guck mal, wieder so eine komische Tür. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie man diesen Special Spot für die Tür rauskriegt. Ob das irgendwie markiert ist oder so. Ja, da scheiße ich jetzt mal drauf. Kann man die... Man kann die ablegen, oder? Nee, man kann die nicht. Oh, eine Zeituhr. Das ist ein Fisch. Ich will jetzt gucken, was der macht. Der macht nichts. Dann nicht drüber schmeißen. Ein Trank. Schon wieder. Eine Münze haben wir bekommen. Wenn wir mit einer Münze was anfangen können, ist noch die andere Frage. Ja, Selbstmord. Meine Fresse, ey. Die sind so schnell, die Viecher. Natürlich, spring doch mal. So. Gehen wir mal hier rein. Ne, geht nicht. Dann gehen wir in die Tür. Ich lass das jetzt mal so stehen, dass da gerade unten rechts einer gelaufen ist. Was ist das denn? Ah, damit kann man sich was bauen, oder was? Nein, bau mal einen, Digga! Matsch! Kann man sich hier so... so Leiterchen bauen, oder was? Ah, da brauch ich das Leiterchen. Okay. Bauer hat Leiterchen mal hier hin, ne? Schön auch, wie es so einrastet. Ob das hier so richtig ist? Keine Ahnung. Ich hab sowieso hier von dem Spiel keine Ahnung. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob wir das hätten machen müssen. Oh, links oder rechts? Ich geh mal rechts. Das sind nämlich Ketten. Boah. Boah. Huch. War jetzt eigentlich egal in dem Fall. Viel ausgemacht hat's nämlich nicht. Ach, ich muss wieder mit meinem Super-Megasprung nach oben. Gut, dann... werden wir hier fertig. Oh, Mensch. Fuck. Los. Nein! Ist der jetzt hier runtergefallen, oder...? Och, nee, ey. Nur weil ich rennen wollte. Och, jetzt hab ich das Ding weggeschmissen. So, stehen bleiben, jetzt schmeißen. Mensch. Och. 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 Ach, so. Och. Böse, wenn wir den klauen. Huh! Ich frage es jetzt nur, wohin mit dem Ding. Können wir den nicht abschmeißen? Ist der weg? Ich glaube der ist weg. Ne, da ist er wieder. Komm mal her. Hm. Toll. Alle Münzen, ne? Continue. Komm, wir nehmen mal Peach. Ne, die heißt nicht Peach, die heißt Todstuhl. Ja. Wie grimmig die guckt. Ne, ich hab keinen Bock auf das Spiel. Ich bin mal gespannt, wie die klein aussieht. Ah, da hat man grad gesehen, wie sie schwob. Und die kleinen sind einfach nur die Beine ab. Oh, man. Oh, das Spiel wird glaube ich sau schwer. Ach ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das mache hier wegen dem Speichern. Ähm. Beziehungsweise man kann ja nicht speichern. Ach, dafür waren die da. Ähm. Weil ich müsste das Spiel am Stück durchspielen. Ach. Aber ich will's. Gern mal wissen. Äh. Wo ich da hingehätte. Hunge. Hunge. Hinge. Wo ich hin hätte müssen. Ist das Deutsch? Ich weiß es nicht. Äh. Mit dem ollen Schlüssel da. Wo ich da hingehätte. Wo ist das? Schmeiß den Football. Football. Ein Essensball. Komm. Throw your shit. Ja, kein Bonus. I know, I know. Wir bleiben mal bei Peach. Todstuhl. Mann. So. Herr. So. Und dann holen wir hier direkt den Schlüssel. Rein da. Sofort. So. Können wir damit hier durch? Nein. Oh. Da oben war ja, glaube ich, nix, oder? Ich weiß jetzt nicht. Außer Bomben. Ne, außer Bomben war hier oben, glaube ich, nix. Ich weiß aber nicht, ob in diesen Blöcken was drin sein kann, aber ich glaube nicht. Oh. Natürlich, natürlich, weil ich zu unbedeutig bin. Ach ja. Mann. Ich könnte auch einfach hier hochgehen. Oh, da kommen wir eh nicht runter. Kommt wir da durch? Nö. Nö. Oh, Gott. Okay, mitnehmen kann man sie nicht. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. So. Ach, natürlich. Madame. Na, er ist drüber gesprungen. Das ist ja mal. Wie, das ist ja mal. Wie, der drüber geschw dette. Vielen Dank.